Im Unialltag gibt es viele Aufgaben zu bewältigen. Dabei können dich die Online-Anwendungen der TU Berlin unterstützen. Aber woher weißt du, welchen Service du für welches Anliegen verwendest? Den Anfang macht 2Port, denn hier findest du den Zugang zu allen anderen Anwendungen. Außerdem kannst du hier beispielsweise deine persönlichen Daten einsehen und ändern. Wenn es Papierkram gibt, kannst du den ebenfalls hier erledigen. Über 2Port kannst du wichtige Dokumente wie deine Immatrikulationsbescheinigung herunterladen oder andere benötigte Dokumente hochladen, Anträge stellen und dich fürs nächste Semester rückmelden. Selbstverständlich findest du hier auch die Zahlungsübersicht für deine Semesterbeiträge. Wenn du dich um deine Prüfungen kümmern willst, solltest du KISPOS aufrufen. Grundsätzlich kannst du darüber deine Prüfungsan- und Abmeldung vornehmen und jederzeit deinen Notenspiegel überprüfen. Zur Übersicht deiner jeweiligen Module und zum Lernen allgemein solltest du ISIS verwenden. Die Verteilung von Lehrmaterialien oder die Abgabe von Hausaufgaben finden in der Regel hier statt. Zudem gibt es in jedem ISIS-Kurs ein Forum, in dem du Fragen stellen oder Mitteilungen deiner Dozenten und Dozentinnen lesen kannst. Für die Organisation deiner Tutorien verwendest du Moses. Über Moses kannst du dich in Tutorien eintragen, Module suchen, deine Hausaufgaben-Kriterien einsehen und deinen Stundenplan zusammenstellen. Und zu guter Letzt wäre da noch die TupCloud, in die du bequem deine Dateien hochladen kannst. So lassen sich Dateien auch teilen oder Ordnerstrukturen für Gruppenarbeiten erstellen. Du hast noch mehr Fragen? Dann schau dir auch die anderen Videos in der Playlist an oder wende dich an die in der Beschreibung verlinkten Stellen der TU Berlin.